Andi McDowell, sie hätte lieber Pferd als einen Mann. Die Kinder von Hollywood-Star Andi McDowell, 64, wünschen ihrer Single-Mom wieder mal einen festen Partner. Meine Tochter Raina versucht mich die ganze Zeit davon zu überzeugen, auf Raya zu gehen. Sagt McDowell im Gala-Interview, diese Dating-Plattform gilt als besonders exklusiv. Ich muss darüber aber erst nachdenken. Es ist schwer, in meinem Alter jemanden kennenzulernen. Ihr gehe es eigentlich um etwas anderes, ich habe das Gefühl, dass ich mich in letzter Zeit zu wenig um mich selbst gekümmert habe. Vielleicht kaufe ich mir ein Pferd. Ich hatte schon mal eins, das ist vor ein paar Jahren allerdings gestorben. Lachend ergänzt sie, ich glaube, ich hätte sogar lieber ein Pferd als einen Mann. Die ganze Story finden sie in der neuen Gala oder 8X Gala-Testen mit 30% Ersparnis und einem Wunschgeschenk. Gala-Testen mit Rappen Gala-Testen mit Rappen Gala-Testen mit Rappen Gala-Testen mit Rappen Gala-Testen mit Rappen